Nummer 5 Dieses einfache und intuitive Werkzeug macht zwei parallele Schnitte, die in der Breite bis zu 4 cm und in der Tiefe bis zu 5 cm einstellbar sind. Es eignet sich zum Schneiden von Hohlziegeln, Vollziegeln, Beton und Stein und ist das perfekte Werkzeug für die Herstellung präziser Rillen. Es werden verschiedene Scheibengrößen geliefert und das Gerät ist mit einem Staubsauger ausgestattet, der die Staubentwicklung auf ein Minimum reduziert. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 4 Diese professionelle Wandnattmaschine ist mit 5 Fräsmessern ausgestattet und eignet sich für die Herstellung von Nuten in verschiedenen Arten von harten oder mineralischen Materialien. Das Highlight ist das komfortable und sichere Design mit einem weichen Griff für optimalen Arbeitskomfort. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3 Diese Ebert Wandnattmaschine ist ein robustes Produkt, das sich ideal für die präzise und schnelle Herstellung von Nuten für Kabel, Drähte und Rohre eignet. Das Gerät schneidet mühelos hartes Mauerwerk, Gipskarton und sogar Beton. Der Artikel verfügt über einen leistungsstarken 2500 Watt Elektromotor und 6 Diamant-Trennscheiben von 150 mm, mit denen Sie leicht bohren können mit verschiedenen Parametern. Dank der mitgelieferten Wasserpumpe können die Trennscheiben mit Wasser gekühlt werden. Die Schnitttiefe ist einstellbar, ebenso wie die Breite. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Diese Wandfräsmaschine verwendet ein Verfahren, das die Wand schnell und sauber nachzeichnen kann. Die Tiefe der Rille ist einstellbar, um den Eigenschaften verschiedener Wände und Materialien gerecht zu werden. Der Artikel hat eine Leistung von 1800 Watt und eine Schnitttiefe von 67 mm. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 1 Das Makita Nutenfräswerkzeug ist ein professionelles, präzises und vielseitiges Werkzeug, das mit einem progressiven Start ausgestattet ist, der ein ruckfreies Arbeiten ermöglicht. Dieses einfach zu handhabende Produkt kann sowohl auf gebohrten als auch auf massiven Ziegeln verwendet werden und ermöglicht das einfache und sichere Anbringen von Rillen. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020